Ja, mein lieber Zauberfreund, wieder etwas aus meiner kleinen Trickkiste, Chip Prediction. Sie kommen an den Tisch, speziell für Close-Up, eine optimale Sache mit kurzem Reset. Es geht hier darum, dass Sie einen Zuschauer durch Suggestion so weit beeinflussen, dass er einen dieser Chips auswählt, der wiederum mit Ihrer Vorhersage korrespondiert. Sie brauchen also diese Chips, dann brauchen Sie hier ein Kuvert, legen es auf den Tisch, in dem es ein Kuvert ist, eine Vorhersage drin. Sie beginnen jetzt Ihr Spiel, indem Sie in die Augen Ihres Zuschauers schauen und ihn jetzt versuchen, durch Suggestion zu beeinflussen. Ich mache es immer ganz kurz so und sage, ich zähle jetzt rückwärts von 3 auf 0, ein kleiner Schnips und in Ihrem Gehirn ist genau diese Information hinterlegt, welchen Chips Sie auswählen wollen. Denn ich habe diese Chips auf der Rückseite natürlich so markiert, dass ich weiß, welche Farbe welcher Chip hat. Das wissen Sie aber nicht. Wir können das Ganze auch mischen, spielt keine Rolle. Aber ich werde jetzt in Ihrem Gehirn einen dieser Chips so weit implantieren, dass Sie auch den richtigen auswählen werden. Und das Ganze überprüfen wir dann durch diese Vorhersage, die jetzt schon auf dem Tisch liegt. Also es kann nichts verändert werden, es kann nichts ausgetauscht werden. Das Kuvert ist ansonsten völlig leer, wenn wir die Vorhersage herausnehmen. Schauen Sie mir jetzt in die Augen. 3, 2, 1. Jetzt ist in Ihrem Gehirn genau die Information hinterlegt, damit der Chip, den Sie jetzt auswählen, korrespondiert mit meiner Vorhersage. Welchen Chip wollen Sie jetzt haben? Diesen, diesen oder diesen, 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 diesen hier. Okay. Sind Sie sich ganz sicher? Wollen Sie nicht vielleicht nochmal tauschen? Nein, Sie wollen diesen Chip ganz sicher. Okay. Dann drehen wir als erstes mal diese Chips um, dass wir mal sehen, die sind alle unterschiedlich. Alle haben unterschiedliche Farben. Wunderbar. Es hätte ja, im Prinzip hätte es ja jeder Chip sein können. Ist das richtig? Schauen wir uns doch mal an. Das war Ihre Entscheidung. Das ist meine Vorhersage. Das Kuvert ist sonst komplett leer. Können Sie alles überprüfen. Ja, und jetzt ist die Entscheidung. Das war Ihre Entscheidung. Sie wollten nicht mehr tauschen. Ich habe Ihnen nochmal die Gelegenheit gegeben. Und das ist die Vorhersage. Drehen wir mal um. Red, Sie werden rot wählen. Okay, dann trennen Sie doch bitte mal diesen Chip um. Und es ist rot, meine Damen und Herren. Das absolute Mirakel für Ihre Close-Up-Show. Das Kuvert, das Sie auf den Tisch legen, können Sie schon zu Beginn leer vorzeigen und es ablegen. Das ist die Steigerung zu dem vielleicht bekannten Effekt. Magic Oliwonder geht immer einen Schritt weiter. Magic Oliwonder macht alles noch einen Schritt unerklärlicher. Bei Interesse melden Sie sich einfach www.zauberer-in-stuttgart.de Danke fürs Zuschauen. Tschüss.